Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kanoquest Kid Serie die jetzt schon sehr lange her ist so die letzte Folge kam. Wie ihr jetzt schon seht, ich habe einen neuen Skin und auch ein neues Cape. Das liegt daran und ich habe auch die Laufgeschwindigkeit ausgemacht, weil irgendwie die FPS dann höher sind. Das hat den Grund, denn wie gesagt, ich mache mein Skin nur. Ich habe jetzt ein paar Updates gemacht. Ich habe einen Link in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch dann den Skin angucken, wie er bis jetzt aussieht, weil ich arbeite an dem eben noch und es gab auch keine Abstimmung. Das hat den Grund, dass ich jetzt ein eigenes Kit auswähle, wo ich noch nie gespielt habe und wo ich auch nicht kenne. Und wie gesagt, ich habe Premium, wenn man da drückt. Und ich gehe jetzt auch mal in die Runde rein. Gehe ich einfach in die rein. So, dann nehme ich mal Kit, das ich nie hatte. Supporter. Den kenne ich nicht. Den nehme ich mal, hat nicht in den Kopf schon mal gespielt. Ich weiß nicht, was der Supporter kann. Kann man es irgendwie... Ähm... Guck ich mal die Starter, weil ich habe jetzt lange nicht mitgespielt. Aber immer noch... eine richtig hohe KD. Hier sieht man sein. Noch mal kurz die Sounds leiser. So. Ob ich jetzt das Kit in... Ähm... Ach übrigens... Ähm... Ja, ähm... Letztlich habe ich das Kit völlig falsch gesprochen. Ähm... Ich glaube, das heißt Ingenieur, das äh... Kit... Äh, ich weiß jetzt, wie es heißt, weil... Ich habe das noch nie davor gespielt. Hat einmal Punkte abgestaubt. Und... auch... sonst irgendwie... nicht mal angeguckt. Lass ihn wohl fallen. Lass ihn wohl fallen. Äh, das Kit ist eigentlich nur... Hat Steinschorten, hat nur Granate... Ja, das ist sozusagen... Eigentlich... Und... Zack, weggesprengt. Oh, Moment, äh... Es gibt jetzt ein neues GOMI-Update. Das... der GOMI-Server nur noch... 1,8 spielbar ist. Kommt! Jetzt... Also, man kann nur noch... mit der 1,8 auf den GOMI-Server, was ich meiner Meinung nach ziemlich schade finde, weil... viele Leute spielen eben noch... die 1,8... äh, 1,7... Nein, ach! Schade... Also, ähm... Ja, jetzt eben noch... Aufkommen, ähm... Spielspielen... Also, viele spielen... 1,7... wegen dem Blocketen. Also, ich spiel's... auch nur noch 1,8... Und... die meisten Spiele mal 1,7... weil... 1,7... ähm... ich schon ein bisschen besser... der da oben geht's mal weg und das... auch schade... ähm... ja... ist schon ein bisschen blöd, aber... es gut ist, für ihn zu zaubern. Man hat jetzt so gemacht, dass... ähm... es... viel mehr Lapis zu finden... wie jeder ja schon weiß, Lapis braucht man für ihn zu verzaubern. das heißt... den Thron gibt's jetzt Lapis auch zu finden... was... richtig... gut ist... und es gibt's auch neue Sounds... die... eigentlich... schon richtig cool sind... die es liegen nicht an... Resource Specs sich drin haben... das ist nämlich das... ffff... purer White Deathscape... das könnt ihr euch auch runterladen... das ist einfach nur Default Edit... Oh... was... was hat denn der für ne Range? das kann ich den Chat irgendwie... ausmachen? ne... leider nicht... nein! jetzt aber... aber ich hab die richtig gut gehettet... und da ist sie down! yes! und ich wollte auch nochmal aufs... ähm... Zaufpack-Video rauf gehen... ähm... dort hat mir... hier an den Sinn... wo eine Frau nackt stand... es hat aber den... und... alles was... dort passiert... ist South Park nachgemacht... ne... oh... nein nein... ah... aber ich habe ein erwisch... dem Ort ist das gewohnt... G.G. das ist das nicht aller Ernst... liefезде auf dem vierten Platz telephone- 80 letztlich und dieser eine neue Runde macht es ein jetzt einfach an Karte als soll ich wenn ich jetzt manche der Sprache abfahrt gehen als Pringend tut mir bald ein Kicken aber ich habe es einen Zug macht damit müssen das Spiel hat er braucht jetzt gibt es wie ich gesehen habe mit Aufnahme als er zu ich habe Aufnahme gestartet und habe wir es auch jeden Mal zu spielen und es gab jetzt eigentlich richtig gut und in der Welt und 50 du kommst mit 1 ach das ist das geht ja da sieht man schon welche die jedes auch haben ich bin halt stopp da die Mauer dahin und am gut geht haben und geht es haben gut geht nein aber eines ist was da und der muss immer zuerst dann machen ich glaube ich behalte sogar den reichen Zeichen cool wer nicht weiß wie es geht ich werde ein um es gibt eine Banner Kreator seitdem dort welche man den Link reinschreiben ist richtig wenig er könnte ich auch mal nicht gern gucken ich finde es sieht richtig cool aus doch steht wie zwar es auch wohl ist und hatte aber ich nehme es einfach weil es passt so ein bisschen zu dem Skin dass er den Skin werde ich auch nicht immer nutzen sondern ich werde auch schon andere nutzen oh oh auch der spammt jetzt auch mann ich hasse die voll die sind einfach zu schnell mal kurz Mikro so ein bisschen weg mache ich nehme jetzt einfach mal mein Standard-Kit das Tank-Kit so mal guck ob sie jetzt noch ankommen weil das Tank-Kit hat richtig Mucke yes erwischt das ist einer von uns boah der hat jetzt auch richtig falsch kassiert der schützt sie bald schneller jetzt erwischt ach man das kann doch nicht ernst sein dann läuft ich mache jetzt die dritte Runde weil ich will jetzt endlich mal die Runde gewinnen ich tue jetzt niemand kicken und ich gehe einfach in Tatooine das war einfach so meine Lieblings-Map ich nehme doch Tank-Kit jetzt sieht doch mal wie ich beim Tank-Kit spiele aber ich weiß auch wenn er mich mal spektatet während ich nicht aufnehme ich sage ich spiele da viel besser weil ja das ist überall so ich habe jetzt gerade richtig wenig FPS wer das nicht glaubt guckt da oben ich habe richtig wenig FPS weil ich habe nur einen Laptop und der hat keine gute Grafikkarte aber ja macht mir überhaupt nichts ich weiß ich spare jetzt eher vor also ich tue jetzt mein Geld sparen auf überwarnsklub 2900 und dann kaufe ich mir einen mit einem Laptop mit zwei Nvidia Geforce Geforce M 070er M und ja der dann wird auch die Videoqualität viel besser sein er stellt ihn tot aber ich bekomme den Kill ja gut ich sterbe Eindeutig merkt man okay jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot jetzt bin ich so gut wie tot ach man ich hasse es immer wenn wenn die Ehren die so gut geht zu nehmen da da ist einer da ist einer da ist einer da ist einer dann geben wir jetzt alle mal oh je die machen was richtig schlecht ist die muss jetzt einfach nur besser hätten machen jetzt kommt der wieder zum Einsatz ich hasse dieses Kind einfach nur ich hasse dies geht einfach nur also abartig das richtige Pisser einfach mal sind weil die jedes mal ein abwarten müssen mehr mit ihrer Schnelligkeit also die in eine zu hohe Schnelligkeit und breit schade der Stopp der Zeit ab und da ist wieder der eine zack und es bringt bei mir eigentlich kaum was und kommt nach schon wieder so mann egal er wird zweimal hintereinander verloren und meine Puts sind irgendwie weg Nämlich die so okay ähm ja ich hoffe euch hat die Folge jetzt gefallen erkannt Chris Kitserie ich werde auch jetzt wieder ein Stroppel Link reinschreiben das heißt dass ihr ab ähm abwoten ähm dass ihr voten könnt einfach welches Kitserie am liebsten mögt ähm ähm ja dann war es auch jetzt auch eine Folge dann sehen wir uns im nächsten Video bis dahin Ciao Ciao